Yeah! Let's go! Let's go! Am Anfang konnten wir uns noch ganz normal in der Öffentlichkeit bewegen. Wir konnten in ein Restaurant oder einen Laden gehen. Das änderte sich von einem Tag auf den anderen. Das ging wirklich so schnell. Und ich denke, dass Michael den größten Preis dafür zahlen musste. Er trug die größte Verantwortung. Von ihm erwartete man am meisten. Die älteren Jungs vergeben, gingen nach dem Ort für den Softball spielen oder machten andere spaßige Sachen. Das ist gar nicht ganz schief. Das ist gar nicht ganz schief. Jetzt bist du schon so krass. Du bist so krass. Du bist so krass. Du bist so krass. Du trägst dir zehn Jahre später. Michael hat die Freiheit, um rauszugehen, zu spielen, zu rennen und rumzutollen. Es sei denn, er schlug auf einem Privatkreuzstück. Wenn du nicht folgen. Also. Ich komme. Nein! Der Helm wird nicht hier rumhören. Mit neun oder zehn Jahren. Du kannst hier rumhören. Dinnen ist nicht rumhören. Er war schon als kleiner Junge in sich gekehrt. Ich erinnere mich, wie ich einmal von der Bühne kam und im Flur vor meiner Garderobe saß Nackel. Es war dunkel und er saß...